Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 30. Mai Sie lobten Gott und sprachen. So hat Gott auch den Heidenbuße gegeben zum Leben. Apostelschichte 11, Vers 18 Wir kommen in Leben vor viele verschlossene Türen. Das macht uns jedes Mal ärgerlich oder betrübt. Nun müssen wir wissen, kein Tor in der Welt ist so weit aufgetan wie das Tor in das Reich Gottes. Die erste Gemeinde Jesu Christi in Jerusalem hatte das nicht gewusst. Und darum brachten diese Christen den Lob Gottes aus, als sie durch Petrus erfuhren, auch die Heiden können durch das Tor gehen. Auch die Heiden, auch die Atheisten, auch die Leute, die sich selbst für unwürdig halten. Sogar die Menschen, die gar nicht damit rechnen, dass sie für Gottes Reich in Frage kämen. Auch die Heiden. Das Setzlein zeigt uns, wie ungeheuer breit und offen das Tor in Gottes Reich ist, seitdem der Sohn Gottes für uns am Kreuz gestorben ist. Aber nun ist es merkwürdig. Zur gleichen Zeit erfahren wir, dass dies weite Tor auch eine enge Pforte ist. Da steht in dem Wort Buße. Der Herr Jesus hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Die enge Pforte heißt Buße. Buße ist Abkehr vom alten Leben, vom Leben ohne Gott, vom Leben ohne Gottes Gebote, vom Leben im Geist dieser Welt und ohne den Geist Gottes, vom Leben in Selbstgerechtigkeit und Sünde. Das ist ein harter Schritt, ein schwerer Entschluss, eine enge Pforte. So ist das große Tor weit geöffnet für jeden und es erweist sich doch als enge Pforte für den, der hindurch geht. Herr, lass uns doch bei denen sein, die hindurch kommen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.